Wir bei Schott haben verstanden, dass es heutzutage nicht mehr reicht, dass sich Schülerinnen und Schüler bei uns bewerben. Wir besuchen die Schulen und drehen den Prozess um. Aus diesem Grund gibt's unsere Roadshow. Bei der Roadshow bringen wir Azubis den Schülerinnen und Schülern in interaktiven Ständen auf dem Schulhof unsere vielfältigen Ausbildungsberufe näher. Wer sich besonders gut in einem unserer Speed-Datings anstellt, kann dann eine Wildcard erhalten, mit der er oder sie den Einstellungstest überspringen und direkt zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden kann. 2023 hat sich die Roadshow bereits so rumgesprochen, dass die Schulen mittlerweile auf uns zukommen. Wir konnten über 2000 Schülerinnen und Schüler erreichen und bereits mehr als zehn neue Auszubildende finden. Trotz großer organisatorischer Aufwände ist das Grundprinzip der Roadshow absolut übertragbar. Jeder Betrieb kann in die Schule fahren und Berufsorientierung direkt auf dem Schulhof betreiben.